Behind the Scenes So zum Beispiel Masken- und Kostümbildner, Beleuchter, Drehbuchautoren, Bühnenbildner und so weiter und so weiter. Somit kann Behind the Scenes sehr wohl als eine Art Dokumentation zu Film, Fernsehen oder aber auch Musikvideo und Werbefilmproduktionen verstanden werden. Da dort beispielsweise unter anderem auch zur Sprache kommt, wie ein bestimmtes Werk zunächst realisiert wurde und unter welchen Bedingungen ein jeweiliger Dreh danach stattfand. Was heißen soll, ging alles glatt in dieser Zeit oder kam es doch zu unvorhergesehenen Problemen, welche die Dreharbeiten letztlich erschwerten oder gar verzögerten? Ebenfalls sehr interessant und daher erwähnenswert finde ich die Tatsache, dass dort auch Szenen während der eigentlichen Filmaufnahmen gezeigt werden und man dadurch zumindest ansatzweise miterleben kann, wie beispielsweise einzelne Takes mitunter des Öfteren wiederholt werden mussten, wodurch es somit auch zu sehr lustigen Situationen kommen kann. Ebenfalls ist es sehr spannend, teilweise auch einen Blick auf die Postproduktion werfen zu können, was mitunter doch sehr faszinierend für Filminteressierte ist. Veröffentlicht werden solche Behance Scenes alias Making-ofs dann sehr gerne auf dementsprechenden Deluxe bzw. limitierten Ausgaben von DVD und oder Blu-ray-Boxen. Mehr Informationen auf die ient die